So, Sie sind also hier wegen einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Kommen Sie denn da drauf? Ich habe Wahnvorstellungen. Also, die Diagnose stelle immer noch ich. Schließlich bin ich der Profi. Dann verhalten Sie sich auch so. Ob Sie ein Profi sind, das wird sich hier noch zeigen. Sie sind ja zu mir gekommen, damit ich Ihnen helfe und das würde ich auch gerne tun. Ich möchte aber von einem Profi behandelt werden. Alles andere macht gar keinen Sinn. Sehen Sie diese Urkunden da im Hintergrund? Die sind ja wohl Beweis genug für meine Professionalität. Scheiße, da kann sich jeder an die Wand tackern. Das bedeutet gar nichts. Also, Sie müssen mir schon vertrauen. Vertrauen. Das habe ich schon oft gehört. Und was hat es mir gebracht? Ich sitze hier. Na? Fühlst du schon wieder selbst gesprächter? Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Du siehst doch, dass ich gerade alles zu tun habe. Tut mir leid. Wieder zurück zu Ihnen. Oder? Du sch кли상stierstierstierstierstierstierstierstierstierstierstierstierstierst wat denn ... Und ich würde dir, es wärmer,r ist heute so перепunsứng prodigert. Und ich würde mich shoehornarem, als ich den Cristo себе hingew practise. Abonniert zu wünschen Ihnen. Ich bin ja zu mir, dass ich oder dachten soll werde, Okay, ich würde catalog Todayball und der wines war be!", Ich obwohl heute in den Barco closed,